Musik Einen wunderschönen guten Tag meine Damen und Herren und herzlich willkommen zu Es ist eher guten Abend oder? Wunderschönen guten Abend meine Damen und Herren und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von SMYP Also zu Show Me Your Pack Und ich habe in der heutigen Folge leider nur zwei Packs am Start Denn es ist jetzt gerade 19.25 Uhr Und um ehrlich zu sein, ich habe keine Ahnung, wie ich das noch schaffen will, das Video heute hochzuladen Ich werde mein Bestes geben, deswegen entschuldige ich das Ich muss die Folge halt irgendwie kürzen Aber es sind dafür auf jeden Fall zwei sehr, sehr gut gemachte Packs, die mir sehr gut gefallen Deswegen möchte ich die auf jeden Fall euch auch zeigen Und falls ihr auch mal ein Pack zu zeigen habt, dann landet einfach ein RP hoch auf RP24 Und hinzufügt den Tag SMYP in der Tag-Auswahl Relativ simpel Und bevor ich noch weiter Zeit verliere Achso, ich habe ein neues Mikro, ein neues Audio-Interface Die ist jetzt gerade nicht angeschlossen, aber im nächsten Video solltet ihr die auf jeden Fall mal zu hören bekommen Also die neue Audio-Qualität Ich hoffe, die wird besser sein Also die muss besser sein Wenn nicht, dann Ja, dann fail Auf jeden Fall Auf geht's mit dem ersten Pack Kauf mein Merch Bitte So, das erste Pack ist das Diamondy Pack von Jaco und Liko Und die beiden haben auf jeden Fall ein sehr, sehr schönes Pack gezaubert Das sieht auf jeden Fall sehr gut aus Und die beiden wissen auch, was sie zu tun haben Denn das ganze Color-Theme gefällt mir ziemlich gut Also die Farbe Ich weiß nicht genau, was es ist Das ist so ein hellblau, eisblau, babyblau Ihr merkt, ich habe nicht wirklich viel Ahnung Auf jeden Fall sieht es ziemlich gut aus Die Icons, sprich die Rüstungsbalken und die Herzen Haben eine etwas dickere Umrandung Sieht auf jeden Fall ziemlich gut aus Die Hungerkeulen, die kennt man mittlerweile aus zahlreichen Packs Die Hauptbar ist nichts Weltbewegendes Aber auf jeden Fall schön schlicht gehalten Und die XP-Bar sieht für mich faithful recolored aus Die Schwerter gefallen mir aber auf jeden Fall ziemlich gut Sind etwas kürzer, aber das macht sie nicht schlechter Die sehen sehr, sehr, sehr gut gemacht aus Gefallen mir sehr gut, vor allem das Diamantschwert Also ich finde den Farbton wirklich mega nice Also der Farbverlauf innerhalb der Klinge ist sehr gut getroffen Finde ich wirklich sehr gut gemacht Und ja, sieht echt sick aus Auf jeden Fall sehr nice Schwerter Und für Leute, also ich mag solche kurzen Schwerter auch mal Sind auf jeden Fall mega nice F&S Ja, geht klar Die Rod Das hat ein bisschen so gebogen Sieht auf jeden Fall auch gut aus Und der Bogen passt halt auch perfekt rein Nochmal so leicht immer diesen Blauton mit eingebaut In den Secondaries sieht auf jeden Fall gut aus So, hier ist schon geschlossen oder was Die Partikel sind relativ simpel gehalten Ich habe das letzte Mal immer vertauscht Das sind hier logischerweise die Egal, die Partikel sehen auf jeden Fall zusammen Sehr schön aus Relativ simpel gehalten Schwarz-Weiß Passt auf jeden Fall Die Tools sind auch bearbeitet Hier sehen wir zum Beispiel die Das sind 32er Feld wohl Hier nochmal den Eimer ein bisschen recolored Aber auf jeden Fall die Tools sind halt auch gemacht Das ist auf jeden Fall auch erwähnenswert Potstuff sieht auch gut aus Apfel, Goldapfel auch sick Suppe Ja, geht klar Und das GI ist auch durchgängig bearbeitet Und sogar auch der Amboss finde ich gut Farnkreuz wollt ihr auch mal bewertet haben Ist halt relativ simpel gehalten Ist einfach nur ein Kreuz Finde ich aber gut Könnte ich damit gut spielen Inventar sieht auch sehr schön aus Es ist sehr simpel gehalten Aber dafür halt sehr schön gemacht Ich finde es wirklich sehr schön Und ja, das Pack sieht auf jeden Fall Sehr, sehr gut aus Als Blöcke haben wir auch teilweise Default-Blöcke Einfach abscaled Sieht auf jeden Fall gut aus Den Dirt hätte man vielleicht Ein bisschen besser machen können Ich finde dieses Dunkelbraune hier Ein bisschen zu viel Den Übergang zum Gras Aber geht auf jeden Fall klar Erze sind auf jeden Fall auch sehr schön gemacht Sieht alles in allem Sehr, sehr schön aus Und die beiden haben schon Ahnung von Packs Und das sieht man auf jeden Fall Bei diesem Pack Finde ich auf jeden Fall Sehr, sehr, sehr gut gemacht Schönes Pack So, das nächste Pack ist das Mystic Ähm 40x Swords Ähm Pack von, äh Mitex Ähm Bei dem Titel des Packs Kann man schon erkennen Dass er eine spezielle Auflösung Für die Schwerter gewählt hat Aber dazu kommen wir gleich Die Icons Sehen Nein Also Sind mal was Also ist das mal was anderes Ich finde die Herzen halt echt Ich würde vielleicht Dieses Schwarze Also dieses Schwarz Also irgendwie Das, das stört mich noch ein bisschen Die Armorbars sehen auf jeden Fall sehr gut aus Die Hungerkollen wie gesagt Dieses, also wirklich Also das Rindfleisch Das sieht man mittlerweile fast in jedem zweiten Pack Habe ich auch im ZZV7 benutzt Finde ich einfach auch nice Ähm Hotbar auch Relativ simpel gehalten Sieht aber auch gut aus Und die Herzen Halt Ist, es geht voll klar So Ist es mal was anderes Also Ja, warum nicht Die Schwerter Wie angesprochen 40er Auflösung Also 40x40 Ähm Habe ich noch nie in einem Pack gesehen Also gerade die 40er Auflösung Ich weiß auch nicht genau Warum man sie gerade nehmen sollte Und warum nicht 32 Also ich sehe darin keinen unbedingt Direkten Vorteil Außer dass es halt Es kommt halt mehr unique So Du hast halt was zu sagen So Es ist halt eine 40er Auflösung Der Schwerter hat auch nie einer gemacht So Ja Aber Ich würde 32er als vollkommen ausreichend definieren FNS Nichts mehr bewegendes Das Feuer sieht schön aus Schön schwarz-weiß Ähm Rot Ja Bogen Schön So Gucken wir uns mal die Partikel an Ich glaube der gute Dude Sollte gleich sterben Das sind Blau Schwarze Ähm Rechtecke Dann haben wir nochmal Oder das waren mehr so Trapeze Oder Drachen Dreiecke Aber sind Ja egal Äh Rüstung sieht auch sehr nice aus Das ist hier Dia Und das ist Eisen Ist für mich jetzt erstmal Ohne das Pack zu kennen Ziemlich schwer zu unterscheiden Was jetzt was ist Aber Geht schon klar Wenn man sich da Kann gewöhnt Die Tools sind recolored Das ist hier Faithful Dann noch ein bisschen Einmal die Diamanten Eisen Gold Also die Ingers Sehen auf jeden Fall auch sehr schön aus Pot Stuff Faithful Und hier auch nochmal schön bearbeitet Sieht auf jeden Fall auch sehr gut aus Inventar Also GUI Auch durchgängig bearbeitet Genauso wie das Inventar Sieht auch sehr gut aus Und die Blöcke Sind auch Ähm Nett durchgemixt Finde ich auf jeden Fall auch ganz nice Dieser Dirt irgendwie Weiß ich Der sieht so moderig aus Aber geht auf jeden Fall klar Finde ich echt An sich ein schönes Pack Ähm Mal interessant Es geht halt mehr in Richtung Schwarz-Weiß Und dafür ist es echt gut getroffen Gefällt mir auf jeden Fall So und das soll es erstmal mit der heutigen Episode gewesen sein Es tut mir leid wie gesagt Dass es nur zwei Packs waren Aber ich muss mich beeilen mit dem Video Deswegen Ich bedanke mich für das Zusehen Wir sehen uns um 21 Uhr Vielleicht startet der Stream etwas später Vielleicht um halb 10 oder erst um 10 Aber ich probiere es so früh wie möglich Sehen wir uns dann im Livestream Oder ansonsten halt dann beim nächsten Video Bis dann Leute Macht's gut Haut rein Und ciao